Ja, Metal-Leute, herzlich willkommen zurück bei eurem Serial. Heute wieder on demand und nicht live. Grüße gehen erstmal raus, erstmal first things first. Grüße gehen raus an den guten Nightgaunt. Ich habe deinen Kommentar gelesen und es tut mir sehr leid, dass du einfach zweimal meinen Livestream verpasst hast. Jetzt gibt es aber auch gute Nachrichten. Wir werden demnächst eine kleine Lesung machen von einem Buch namens... Ich finde es immer noch geil, ich lache immer noch darüber. Das Kinderbuch lautet wie folgt. Furzipups, der Knatterdrache und Rüdiger Rülps Rüssel. Das ist Band 3 von Furzipups, der Knatterdrache. Das werden wir uns demnächst zur Gemüte führen. Ich habe es mir gestern bei Amazon bestellt. Sobald es da ist, lasse ich euch das wissen und setze eine Community-Post ab mit einem Termin für diese Lesung. damit ihr genug Vorlaufzeit habt und Ed Sattler auch Schichten schieben könnt, wenn ihr das unbedingt wollt. Kleiner Spoiler, das wird hier noch geil. Und dann können wir uns das gemeinsam zur Gemüte führen. Wir hatten gestern, was das anging, sehr, sehr viel Spaß, weil das einfach wie Arsch auf einmal gepasst hat. Auch der Song dazu gesungen von Simon Jäger, der unter anderem auch Matt Damon seine deutsche Stimme leidt. Eingesungen war ganz fantastisch und großartig. Ich packe es euch nochmal in die Videobeschreibung rein, dann könnt ihr es euch nochmal anhören. Dann könnt ihr, für die, die gestern nicht dabei sein konnten und es auch noch nicht nachgeholt haben oder nicht nachholen wollten, könnt ihr euch das mal reinschüren und könnt selber entscheiden, ob das gut gepasst hat oder nicht. Ich fand es sehr passend. Wir hatten sehr viel Spaß gestern Abend zusammen im Livestream. So, jetzt, an der Stelle gehen auch nochmal Grüße raus an Enemine Mumu, Dichter aus Versehen und Chart 80 für das Hinweisen auf diesen ganz tollen, auf diesen ganz tollen Gondend etzala. Ihr habt das super gemacht. Ich mag euch. Und noch ein kleiner Gruß geht raus an Psychofreak 1982. Ich habe da einen Kommentar gelesen. Ich habe auch schon darauf geantwortet. Du hast natürlich recht. Selbstverständlich darf ich gewissen Dingen keine Bühne bieten. Ich konnte gestern einfach nicht anders, weil es mich einfach aufgeregt hat. Aber normalerweise passiert mir sowas nicht. Wird auch nicht mehr passieren. So, jetzt legen wir hier inhaltlich aber mal endlich los. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel to take das jetzt hier ist. Ich glaube, der siebte. Ich glaube, der siebte Neustart, wo ich mich einfach innerhalb von zehn Sekunden zweimal verhaspelt habe. Das kann ich natürlich so nicht hochladen. Wir sind ja schließlich nicht beim Oger. So, und jetzt legen wir hier aber wirklich los mit dem 12-Stunden-Lord-Kick-Stream vom 18. November 23. Worst-of-Zusammenfassung, die blablub. Grüße gehen raus an den Anti-Mobbing-Panda. Vielen Dank fürs Bereitstellen. Jetzt legen wir hier aber wirklich los. Action. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die wir definitiv versprechen sollten. Ja, zum Beispiel, dass du Dom bist. Presse, Rüdiger. So, ein paar Kleinigkeiten vorab und die offensichtlichsten erst mal vorab. Das Offensichtlichste ist, du bist Hagel Dom. Haben wir das geklärt. Gut. Ei, ei. Direkt fällt mir auf, mal wieder völlig demonstrativ und provokant das beschissen gestochene Deines, die Etzertler, der du in die Kamera halt, ne? Damit es auch, ja, jeder noch mal sieht. Das Tattoo, das ihm ja nachweislich Etzertler sein Leben gerettet hat. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, Rainer. Ich glaube, dieses Plattenlabel gibt es gar nicht mehr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben offensichtlich das erste Ziel erreicht. Nein, 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 stopp. Wir haben erst 14 Sekunden Videomaterial gesehen. Ich habe schon dreimal angehalten. Nicht wir. Ich will in diesen Schmutz nicht mit reingezogen werden. Und wer auch immer das unterstützt hat, dem möge bitte zeitnah was abfaulen. Ne? Diesen Leuten, die das unterstützt haben, denen wünsche ich für immer einen juckenden Zimtstern und so kurze Arme zum Kratzen. Von den 750. Jetzt fragen sie... 750 was? Rubel, Liere, Hosenknöpfe, Bananen, Weintrauben, 750 was? Sag doch einfach Euro. Oder ist es dir zu kompliziert? Bestimmt einige. Ey, wann machst du denn den zuerst stunden Stream? Spoiler, niemals. Ich kann ihn natürlich nicht direkt heute oder morgen machen. Warum nicht? Rüdiger, warum nicht? Hast du was Besseres vor? Nochmal, du arbeitest nicht. Du hast keinen Job. Du bist ein arbeitsloser, stinkenfauler, allumfassender, ganzheitlicher, asozialer Internet-Totalversager. Du hast den ganzen Tag Tagesfreizeit. Du hast 24 Stunden Tagesfreizeit. Im Prinzip könntest du das jetzt hier on the fly direkt jetzt hier gemacht haben. Du könntest das schon erledigt haben. Hm. Aber warum kann er das nicht heute oder morgen machen? Ach ja, richtig. Er hat gar keinen Bock auf den Scheiß. Überlegt noch, wie er da rauskommt. Und ihn unter der Woche zu machen, wurde ich sowohl darum gebeten, als dass es mir natürlich selber bewusst ist. Unter der Woche ist es Quatsch, ihn zu machen. Es ist generell Quatsch, ihn zu machen, aber das ist ein anderes Thema. Weil die meisten natürlich arbeiten gehen müssen und so weiter. Im Gegensatz zu dir. Ich denke, der beste Tag für den 12-Stunden-Stream ist ein Samstag. Rainer, ich sag dir jetzt mal, welcher Tag generell, also deine sogenannten Inhalte im Allgemeinen, aber dieser 12-Stunden-Stream im Besonderen, welcher dafür der beste Tag ist? Der 30. Februar. Rainer, das ist der beste Tag. Überhaupt, für dich ist der beste Tag des Jahres der 30. Februar. Warum? Ne? Der unirdische Feldweg, den es nicht gibt. Ne, Rainer? Da die Leute, die am Freitag, am Samstag noch früh schlafen gehen, weil sie Samstag arbeiten müssen. Ganz im Gegensatz zu dir, du stinkenfauler Sack. Da bessere Chancen haben. Natürlich gibt es auch Leute, die Samstag und Sonntag arbeiten, aber das kann ich natürlich im Vorfeld nicht. Na kurz, am Bein kratzen, Sekunde. Sich selber am Bein kratzen, ein Synonym für sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser abgraben. Du musst dann wieder ein bisschen Wasser ablassen und wieder eine offene Stelle provozieren, an der das Wasser ablaufen kann. Rainer macht sich seine eigenen Drainagen. So. Es ist natürlich so, dass wir da für die Leute, die Samstag, Sonntag, es gibt auch so lange Sonntag arbeiten, aber ich kann halt nicht für jeden was dabei haben. Ne, ne, du hast grundsätzlich für niemanden was dabei. Was mir übrigens jetzt direkt auffällt, deswegen ist der Chat ja auch hier drin. Und nicht draußen ist der Follower-Chat an. Könnte noch interessant werden und deswegen habe ich den Chat jetzt mal drin gelassen, weil noch der Follower-Chat drin ist und nicht der Bezahl-Chat. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es so, dass wir den 12-Stunden-Stream auf einem Samstag verlegen. Das sollte so gut wie jeder, das sollte die breite Masse zumindest die Möglichkeit haben, mitzumachen. Rainer, ich sage dir jetzt mal was, ähm, was du wahrscheinlich schon weißt, aber geflissentlich ignorierst. Ähm, die breite Masse bist du. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes die breite Masse. War jetzt ein schlechtes Wortspiel, aber ist ja so. Aber nichtsdestotrotz, Rainer, weißt du, ich habe, ähm, keine Ahnung, 6500 Abonnenten auf YouTube. So. Ich hatte gestern in der Spitze 450 Zuschauer. 450. Obwohl, ähm, es technische Nicklichkeiten gab. Dafür möchte ich nochmal vielmals um Verzeihung bitten für diese technischen Nicklichkeiten. Es tut mir sehr leid, ich kann mir nicht erklären, wo die hergekommen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich hatte 450 Zuschauer gestern. Du, hast zur Primetime, wenn du zur Primetime streamst. Moment, vielleicht jetzt gerade. 135. 135 Zuschauer. Ich hatte 450. Und ich biete den Leuten außer dummes Gequatsch eigentlich gar nichts an. Also, eigentlich biete ich deutlich mehr an als du. Und ich bin kein Profi. Ich bin ein absoluter Amateur und ein Laie und hast du nicht gesehen. Aber wenn jemand, der von sich selber behauptet, eine 2 Millionen Marge jetzt hat klar zu haben, ne? auf 135 Zuschauer kommt und so ein Kacklappen von Hater dreimal so viel hat, also fast eigentlich hier mal so viel, ja sagen wir mal dreimal so viel und so ein Kacklappen von Hater dreimal so viel Zuschauer hat, gibt dir das nicht zu denken. Ah ja, stimmt. Das sind ja alles Hater, die ihn blockieren. Ohne uns wäre er längst über die 2 Millionen Marke raus, ne? Breite Masse. Ja, der Blick hier, ja genau, genau, Rainer. Diesen Blick, den habe ich gerade auch. Genau diesen Blick habe ich gerade auch. Wann das Ganze stattfindet, kann ich euch noch nicht sagen. Ich will es auf jeden Fall noch diesen Monat hinbekommen, aber ich denke, es wird nächste Woche wahrscheinlich nicht. Weil kein Bock. Das Problem ist, es gibt nur noch einen den Samstag und zwei. Rainer, ich sag dir jetzt mal, wie es ist. Du hast die 750 Euro kassiert, du hast den Scheiß zeitnah zu machen. Punkt. Da gibt es überhaupt gar keine Debatte drüber. Das ist für mich indiskutabel. Du hast den Scheiß zeitnah zu machen. Denn wenn nicht, dann werde ich gleich was dazu sagen. Abgesehen davon, du hast ja jetzt halt gar nichts anderes zu tun. Du bist arbeitslos. Du bist joblos. Ne? Du hast nichts anderes zu tun. Du kannst diesen Scheiß eigentlich jetzt sofort hier machen. Jetzt gleich. Du bist elf Minuten drin. Du könntest jetzt einfach durchstreamen bis morgens um acht. Könntest du machen, dann hättest du es hinter dir. Dann hättest du vielleicht zwölf Stunden lang nur Dreck ins Internet rausgesprüht, schießt. Aber du hättest es gemacht und hättest es hinter dir. Aber ich werde gleich noch was dazu sagen. Bei den nächsten Woche. Also, ich vermute, es wird der zweite oder der neunte. Ich kann es euch nicht versprechen, aber der zweite oder der neunte wird es werden. Ich predicte jetzt, der zweite sowie der neunte Dezember werden vergehen und es wird nichts passiert sein. Das sage ich jetzt einfach mal voraus. Der neunte Dezember wird passieren und es wird der zehnte Dezember kommen. Sonntag, glaube ich, müsste das dann sein. Zehnter Dezember. Und es wird nichts passiert sein. Es wird keinen zwölf Stunden Stream gegeben haben. Er wird ihn einmal absagen, vielleicht auch zweimal absagen. Ich kann heute nicht, ich muss lieber im Discord WoW spielen oder was weiß ich, was er dann macht. Vielleicht auch ein bisschen Schnaufwixen oder so. Und dann werden die Leute danach fragen, was mit diesem zwölf Stunden Stream ist. Dann wird er sagen, er muss mal gucken, wie er das Edzettler letzten Endes umsetzt, wie er das hinferkelt und so. Dann wird der 16. Dezember vergehen und dann wird er sagen, ja, kommt irgendwann und dann werden Leute gebannt, die danach fragen. So wird es laufen. So wird es laufen. Weil ihr wisst, wie das bei Rainer ist. Er hat jetzt die 750 Euro eingesackt. Die sind in weniger als einer Woche sind die verpufft. Die sind weg. Die sind ausgegeben. Die sind investiert in Fressi, Saufi, Wixi und sind weg. Und dann, ihr wisst, wie das bei Rainer läuft. Das ist immer das Gleiche. In dem Moment, wo er das Geld ausgegeben hat, ist es für ihn so, als hätte er es nie bekommen. Ne? So war das mit den Edzettler-Bos dann. So war das mit Anti-Mobbing-Programmen, für die er Geld gesammelt hat. So war das mit Sammeln für die MPU. Irgendwann wurde jeder, der danach gefragt hat, nach diesen Anlässen weggebannt. Und Rainer nennt es dann übrigens berechtigten Bann. Und es wird auch da wieder so sein. Es wird diesen 12-Stunden-Stream nicht geben. Das prädikte ich jetzt einfach mal. Und falls es ihn doch geben sollte, wird der aus folgendem bestehen. Sechs Stunden lang wird dumme Scheiße gespielt und sechs Stunden ist er gar nicht da. Vielleicht gibt es noch ein bisschen eine Eskalation. Das ist herwegs noch interessant. Aber Entschuldigung, ich sage jetzt voraus, den wird es nicht geben. Vielleicht straft er mich Lügen, aber selbst wenn er ihn macht, und es gibt keine Eskalation. Und das ist einfach nur 12 Stunden lang Minecraft, Planet Crafter, Dreck, wird Serial Talk diesen Scheiß ignorieren. Das sage ich euch jetzt so. Wenn es nichts absolut sendewürdiges gibt, wird es ignoriert. Dann habe ich nämlich genug Zeit, um mich darauf vorzubereiten. Echt jetzt? Ich halte schon wieder an. Dich vorbereiten auf was? Du hast dich noch nie vorbereitet, Reinhardt. Deswegen ging der immer völlig am Arsch vorbei. Du hast dich dumm, fett, faul und dreist und feist vor die Kamera gehockt und den Leuten eine Frikadelle ans Ohr gelabert und dafür kiloweise Senf erwartet. So sieht es aus. Worauf denn vorbereiten? Du hast doch eh bloß langweilige, dumme Kinderspiele. Ey, Planet Crafter ist der langweiligste Mist, den ich je gesehen habe. Wirklich. Da rennt irgendein Kasper durch irgendeine maßähnliche Oberfläche, ich glaube, ist sogar der Mars, und sammelt Zeug vom Boden auf. Wow. Hui. Ich sterbe vor Spannung. Weiß gar nicht, wohin mit meiner Spannung, Alter. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ja, also. Und, äh, ihr habt auch vielleicht die Gelegenheit, das ist der ganze Gedanke dabei, ihr habt vielleicht die Gelegenheit, eure Schichten entsprechend anzupassen, dass ihr vielleicht Samstag mal nicht arbeiten müsst. Ist das, was? Ist das eigentlich dein Ernst jetzt? Kannst du dir nicht ausdenken? Ich kann das nicht besser sagen, als Rainer es selber sagen kann. Alter, na! Da ist nichts lustig dran, du Wichstel! Echt jetzt? Du setzt echt voraus, dass die Leute, um deinen Dreck, zwölf Stunden, öden, strunzend, dummen, Kackstream zu sehen, Schichten tauschen. Bist du noch ganz sauber? Er hat man dir ins Gehirn geschissen? Ey, ich bin gerade angemessen, entsetzt und angewidert, dass dieser Schmock das echt sagt, ihr könnt eure Schichten tauschen. Ey, Rainer, weißt du was? Ich würde, ja würde ich, ich würde meine Schichten tauschen und zwar so, dass ich definitiv arbeiten muss. So sieht's aus. Ich frage mich echt, was das, was das für, 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 ähm, zurückgebliebene Menschen sind, die dir Geld dafür neigeschürt haben, für diese Scheiße hier. Macht, was ihr wollt mit eurem Geld. Ähm, Rainer führt es schneller in den Wirtschaftskreislauf zurück, als ihr es ihm geben könnt. Bitte schön, macht. Lasst euch von dem verarschen. Ja, aber das ist, das ist eine Frechheit. Selbst für seine Verhältnisse ist das eine Frechheit. Vielleicht könnt ihr mit jemandem tauschen, oder so, wenn ihr Lust habt, natürlich nur. Du hast so einen Dachschaden, wirklich. Du hast so, so kackend, desto und trotz frech. Ich weiß, ich weiß, wie er es gesagt hat, so, es könnte klingen, wie, was man halt so lapidar, so nebenher sagt, naja, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, schließlich habt ihr ja bezahlt, ähm, dann wäre es auch cool, ihr könntet auch dabei sein. Was der meint ist, ich will gefälligst auch während dieser 12 Stunden fleißig mit Geld beschmissen werden, also tauscht, äh, tauscht, äh, tauscht, tauscht nochmal eure Schichten, weil euer, euer großer, ähm, Gutslord befiehlt ist. Das hab ich jetzt gehört. Bis echt das allerletzte, Mann. Äh, auf die Art und Weise hat jeder genug Zeit, dann haben wir in zwei Wochen quasi, also heute in zwei Wochen haben wir dann, oder in drei Wochen, ich weiß noch nicht genau, das muss ich noch schauen. Wie ich das letzten Endes hinferkel, aber nochmal, ich bleibe dabei, es wird diesen, es wird der 10. Dezember anbrechen und es gab den Stream nicht. Das sage ich jetzt voraus. Äh, Reinhard, in drei Wochen. In drei Wochen. Sag mal, bist du bescheuert? Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, wie lange die Leute seinerzeit auf das Hotdog-Video warten mussten, als du dir auf der Amazon-Battle-Liste unbedingt diesen Hotdog-Maker hast von irgendeinem Dulli kaufen lassen. Sechs Monate. Reinhard, sechs Monate. So ein Hotdog-Maker kostet, warte mal, auf Amazon 20 bis 25 Euro. Allein die Tatsache, dass du den hast von der Amazon-Battle-Liste schenken lassen, ist ekelhaft erbärmlich. Wirklich traurig. Es wäre traurig, wenn es nicht um dich ginge. Das ist einfach erbärmlich und lächerlich. Und dann mussten die Leute tatsächlich, du hast es ja dir schenken lassen, weil du Videos damit machen wolltest, was hat es gegeben? Ein stümperhaftes Hotdog-Video mit Streukäse und was weiß ich was von einem Scheiß. Ihr habt das alle damals wahrscheinlich alle selber gesehen. Und darauf mussten die Leute sechs Monate warten. Es war ihm ein Gräuel, dafür ein Video machen zu müssen. Das war ihm ein Gräuel. Ja, genauso wie deine Zuschauer immer ein Gräuel sind. Er hasst seine Zuschauer. Er verachtet sie. Er findet die alle scheiße. Es kotzt ihn an, sag ich euch, wie es ist, es kotzt ihn an, dass der tatsächlich für das Geld vor der Kamera hocken muss. Das kotzt ihn wirklich an. Da hat er gar keinen Bock drauf. Das sieht man auch an seiner Lustlosigkeit. Das sieht man an seinem ganzen Habitus. Das sieht man an seinem verbalen und nonverbalen Verhalten. Dass der nur in die Kamera guckt, wenn er jemanden zurechtweist. Der scheißt auf seine Zuschauer. Der findet die alle dumm. Und der findet alle, dass die gefälligst, ihm einfach Geld zu überweisen haben. Und zwar in Intervallen und Höhen, die ihm gefallen. Und dann will er am liebsten gar nicht mehr online kommen. Dem macht das alles überhaupt gar keinen Spaß. Und ich sag euch eins, er wird das totschweigen, dass es diesen 12-Stunden-Stream jemals gegeben hat. So wie er versucht hat, zu behaupten, dass er das nie etwa gesagt gehabt hat. Und Drachen Nürig hat es noch im selben Video reingeschnitten, was ich übrigens sehr, sehr toll fand. Ihn direkt widerlegt, dass er das sehr wohl gesagt hat. Und ich sage euch, der 10. Dezember bricht an, es gab keinen 12-Stunden-Stream. Vielleicht straft er mich Lügen. Vielleicht. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn er ihn macht, wird das qualitativ unter aller Arsch sein. 2 Millionen Marke. My ass. So, wenn du Sternchen als Name hast, ist das nicht so praktisch. Aber das ist auf jeden Fall so. Ich weiß ja, dass die breite Masse auch was davon hat. Nochmal, du bist die breite Masse. Ähm, 1500 werden wir nicht zusammenbekommen, denke ich. Das wäre nämlich dann das zweite Ziel, was wir hätten. Ich könnte ausrasten bei diesem Wir. Wir haben das Ziel 1500 Euro. Nein. Einer, nein. Du allein hast das Schmarotzer-Schnorrer-Ziel 1500 Euro gehabt. Und sonst niemand. Nur du. Verschon mich mit diesem Wir-Scheiß. Verschon mich mit dem, was du bei anderen Infaulenzern dir abgeguckt hast. mit Wir. Das ist ein psychologischer Taschenspielertrick in meinen Augen, den die benutzen. Sie versuchen, ihre Leute mit einzubeziehen, indem sie sie mit ins Boot holen, nach dem Motto Wir müssen jetzt mehr spenden. Wir müssen Ziel XY erreichen. Haltet doch allesamt euer dummes Maul. Ehrlich. Wie wäre es mal zwischendrin, damit spreche ich jetzt nicht nur Rainer an. Ich spreche diese ganzen Infaulenzern, dieses ganze Infaulenzern Gesindel an. Geht doch einfach offline und sucht euch richtige Arbeit und seid mal zwischendrin ein wertvolles Mitglied für die Gesellschaft und nicht bloß widerwärtige kleine Blutegel, die richtigen arbeitenden Menschen ihr Geld für Nichtleistung absaugen. Damit meine ich jetzt nicht ausdrücklich nur Rainer, sondern alle im Allgemeinen, aber Rainer gerade hier im Speziellen. Gänstern wurde ich gefragt, bei welchem Job ich Rainer gerne zusehen würde, 40 Stunden die Woche und ich habe mich entschieden für Kanalarbeiter in Neu-Delhi. Das einmal die Woche in einer halben Stunde zusammengefasst, so best of, ich würde es jede Woche wie bescheuert bearbeiten. Ja? Aber stattdessen hockst du stinkenfaul und feist und fett vor der Kamera und zockst irgendwelchen Kleinkindern ihr Taschengeld ab. Wir haben, nein, du hast, nicht wir. Dämlicher, ach, leck mich doch, ey. 500 wäre es dann nämlich so, dass wir 24 Stunden schlimm machen würden, aber der ist auch bewusst so weit oben angesetzt, damit man den möglichsten Falle nicht erreichen. Ja, dich kotzen schon die 12 Stunden an. Und was wäre jetzt eigentlich passiert, die hätten die 750 Euro nicht zusammenbekommen, dann hättest du wahrscheinlich gesagt, ja, wir haben die 750 Euro ja nicht erreicht, also gibt es auch keinen 12 Stunden Stream, das Geld behalte ich natürlich trotzdem. Und der Zähler fängt jetzt wieder bei 0 an. Dieses dämliche Grinsen, ich könnte ihm es gerade aus dem Gesicht wischen, ich könnte es ihm gerade aus dem Gesicht wischen, der hat sehr wohl gehofft, dass er möglichst nah rankommt an die 1500 Euro, damit er dann sagen kann, er war nur 1498, damit ist das Ziel nicht erreicht worden, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, vielleicht macht das diesmal besser, aber das Geld werde ich natürlich behalten, das überweise ich natürlich safe nicht zurück, euer Problem, hättet euch halt mal mehr angestrengt, könnt das ja normal versuchen, sowas muss man dann von ihm sich geben, und er sitzt original da mit seinem dämlichen Scheißgrinsen, ohne Witz, es wird Zeit, dass dieses Grinsen mal aus dem Gesicht geklatscht wird, ich meine das jetzt nicht wörtlich, ich meine das sprichwörtlich, wird mal wieder Zeit für eine Landung wie ein Meteor auf dem Zarenstein, weil er ist mir ein bisschen zu frech und kack dreist geworden, ehrlich gesagt, und dann sitzt er da und grinst sich ein zweites Arschloch und sagt, ja, hier, Ding, ich bin froh, dass wir das Ziel nicht erreicht haben, nochmal, er wird diesen 12-Stunden-Stream nicht machen, er wird den tot schweigen, davon gehe ich fest aus. Ich bin da nicht begeistert von, aber ihr habt ihr auf jeden Fall die erste Marke auf jeden Fall erreicht und dadurch, dass ihr die erste Marke erreicht habt, passt es, denke ich, schon mal so weit. Ihr habt, wieder hat er nicht gewusst, was er sagen soll und hat Worthülsen rausgefeuert. Ihr habt die Marke erreicht, also passt es schon mal so weit. Er wusste nicht, was er sagen soll, also reiht er sinnlos Wörter aneinander. Bist du schon verifiziert? Nein, Kick lässt mich nicht verifizieren. Ja, warum wohl nicht? Warum wohl nicht? Ich habe auch eigentlich alle Voraussetzungen. Du musst bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die habe ich inzwischen auch alle erfüllt. Mir wird auch keine genau... Warte mal, Escort Service Winkler, ich muss mal kurz zurück. Ich muss mal kurz zurück. Kann man das jetzt irgendwo noch sehen? Wartet, wartet, wartet. Ach. Ah, hier, hier auch der iChapster Schreibbaum kostet Minecraft 25 Euro. Was ist der Mehrwert? Ja, es gibt keinen. Es gibt keinen. Letztens durften wir sehen, wie er einfach neben jemandem hergespielt hat und er hat dann gefragt, wie er zu seiner Vase kommt und Rainer knallhart, ja, weiß ich doch nicht. Ja, aber wo ist die? Ja, wie komme ich da hin? Ja, Das kriegt er dann für 25 Euro. Er spielt nicht mit euch, er spielt neben euch her. Ihr habt das Recht, euch gekauft, dort euch aufzuhalten. Aber er braucht, erwartet nicht, dass Rainer euch irgendeine Form von Fanservice bietet oder Fanmanagement am Arsch. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr habt bezahlt, der Rest interessiert doch Rainer nicht. Oh. Braue Info gesagt, warum? Mir wird nur gesagt, dass ich nicht verifiziert werde, dass es derzeit nicht möglich ist. Mehr wird mir nicht gesagt. Rainer, bist du eigentlich blöd? Jetzt mal ganz im Ernst, die Frage muss erlaubt sein. Ganz ehrlich, Rainer. Du scheiß Idiot, Alter! Ist ja, ähm, wie oft muss man es dir denn noch mitteilen? Wenn man über 2000 Leute weggebannt hat, dann bekommt man wahrscheinlich keine Zertifizierung. Ne? Merkst du selber? Drache, kann man dich für Kindergeburtstag mieten? Also der Hans schreibt hier um 20.13 Uhr, das ist noch interessant, weil Rainer wird nachher noch auf eingehen. Hans schreibt, ähm, offenbar sind nicht alle erfüllt, sonst wäre das Thema ja nicht da. Das heißt, Kick wird seine Gründe haben und Nachfragen, ähm, wird den Prozess nicht beschleunigen. Rainer, du hast, ich weiß nicht, hast du eigentlich die 2000 Bann schon überschritten? Du hast potenziell tausende Kunden, ähm, auf Kick weggebannt. Tausende. Du bannst, du hast, du hast in, in drei Minuten Streamen bannst du mehr Leute weg, als ich in zwei Jahren. Und ich hab nur Bots und, also Spambots weggebannt bei mir auf dem Kanal. Nur solche. Leute, die mich nicht leiden können, bannen die nicht weg. Warum denn? Ja? Aber du bannst jemanden weg, der fragt, was eigentlich dein Gegenwert ist für das Geld, das man dir gegeben hat. Dafür hast du jemanden weggebannt und das hast du so einen berechtigten Bann und Hate und Mobbing genannt. Du mieser Sack. Hörst du eigentlich noch irgendwas? Ist bei dir überhaupt noch irgendeine Spürung vorhanden? Ne, wahrscheinlich nicht. Äh, ich glaube nicht, dass gerade ich für Kindergeburtstage gut geeignet bin. Offenbar. Ne, ähm, tatsächlich nicht, ne. Das liegt aber vor allem an gewissen Inhalten, ähm, die du so auf deiner Cloud hattest und die du so geschrieben hast. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Für mich bist du eine potenzielle Bedrohung. Also nicht für mich persönlich, sondern für gewisse Teile der Gesellschaft bist du eine Bedrohung. Zumindest wärst du eine, wärst du körperlich fit. aber 100%. Was ja nicht alle erfüllt, sonst würde das Thema ja nicht da. Ich würde seine Gründe haben. Äh, doch, mir werden die Gründe ja, mir werden die Sachen ja angezeigt. Und dieser Ronny, den könnte ich auch, ähm, links und rechts. Was wär das schön, wenn dieser Ronny mal bekannt wäre, aber schade ist leider nicht so. Hahaha. Alles erfüllt ist, dann hab ich, dann muss ich mich bei denen melden. Das hab ich getan, aber dann, das liegt nicht an den Gründen. Die wissen, dass die Gründe erfüllt sind, das schreiben sie sogar rein, aber es gibt andere Gründe dafür. Ja, Rainer, dass du 2000 Leute schon weggebannt hast. Du Vollidiot. Wirklich jetzt mal. Das kann man sich alles nicht ausdenken. Der sagt knallhart, er weiß nicht, woran das liegt, dass er, dass er keine Zertifizierung bekommt. Sie würden es ihm ja nicht sagen. Ganz ehrlich, Rainer, ohne Scheiß. Komm mal, klein, dann Schade. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Bands 2000 Leute weg und wunderst dich dann, warum dich, warum dich Kick nicht akzeptiert. Tibi, Digidoggi, ne Rainer? Was bringt dir die Partnerschaft? Zunächst mal sieht jeder direkt mit einem Häkchen oder irgendwas, dass ich der Echte bin. Ja, damit man dich schön umgehen kann. Ich würde lieber jeden Fake-Drachen dort anklicken, als ich. Die anderen Vorteile, keine Ahnung. Laber doch nicht! Da geht's um Kohlen, um Kohlen, um Barne. Denn Barne müssen her. Barne, Barne und nochmals Barne. Nur darum geht's. Und Kick akzeptiert deine Bannorgie einfach nicht. Du Schwachkopf. Zu viele Leute deswegen. Wenn ich wirklich zu viele, das hab ich schon mal gesagt, wenn ich wirklich zu viele Leute banne und das der Grund dafür ist, dann möchte ich die Partnerschaft auf Kick gar nicht. Rainer, du hast jemanden gebannt, höchstpersönlich, der gefragt hat, was du ihm eigentlich für sein Geld anbietest. Dafür hast du jemanden gebannt, Hammert. Das war eine legitime Frage. Und du hast die Person dafür gebannhammert. Das war vor ein paar Wochen erst. Und sowas sieht man bei dir die ganze Zeit. Merkst du eigentlich noch was? Der hält das alles für gerechtfertigt. Rainer, du bist auf dem absteigenden Ast. Du bist am Untergehen. Und ich sag euch eins, das wird der irgendwann auch merken. Und dann werden wir wieder auf TikTok unsere tollen Fachkräfte sehen, die sagen werden, Dracha, Dracha, alle zusammen sein, alle zusammen sein. Das werden wir dann wieder sehen, so Zeug. Das wird der irgendwann merken. Rainer, du bist nicht willkommen. Du bist nicht auf Kick willkommen. Eigentlich bist du nicht mal auf der Schmutzplattform DigiDoggie willkommen. Du warst auf YouTube nicht willkommen. Wie Rainer, der einst so schön gesagt hat, er fühlt sich unwillkommen. Man hat das, sagen wir mal, mit YouTube gesagt. Aber Rainer, du bist überall, wo du hinkommst, unwillkommen. Niemand will dich in seiner Nähe haben. Niemand möchte mit dir zusammenarbeiten, auch nicht mit dir zusammen sein. Niemand. Selbst Birella hat dich nur als Sprungbrett benutzt, die Kaputte. Ja, und hier auf Kick geht einfach gar nichts. Irrelevant as fuck. Und das wirst du noch spüren. Trust me. Weil, die Leute, die ich banne, das hat einen Grund dafür, dass die gebannt werden. Ja, sie haben Fragen gestellt, die dir nicht passen. Zum Beispiel, was bietest du mir eigentlich für mein Abonnement an? Zack, gebannhammert. Nicht mal drauf geantwortet, einfach gebannhammert. Er hat nicht mal einen Leinmonolog rausgelassen, einfach gebannhammert. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Und du wunderst dich über irgendwas? Das ist das, dieser, dieser scheiß psychopathische Narzisst, der checkt es einfach nicht. Das findet in seinem Kopf, findet der Gedanke gar keinen Platz, dass vielleicht er der Grund ist und sein Verhalten seinen Zuschauern gegenüber. Rainer, weißt du, ich hatte auch schon hier und da mal Grund, jemanden wegzubannen. Ich hab's aber nicht gemacht. Warum denn auch? Warum auch? Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Und dann ist das Ding gut. Aber hey, mach wie du denkst. Zerstör dir deine eigene sogenannte Existenzgrundlage. Weil Leben kann man es ja nicht nennen, es ist existieren, was er da hat. So ist es halt, wenn man vor Katal den Arsch hinhält und sich zu seiner Bitch gemacht hat, zu seinem Knecht. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man der Knecht von jemandem ist, Rainer? Wie ist das so? Und Kick kann ja nicht wollen, dass die Leute hier so viel Terror und Stress machen, die mich deswegen hier sperren oder deswegen sperren tun sie mich nicht. Aber wenn sie mich deswegen hier nicht akzeptieren als verifizierten User. Weil du jeden, für jeden Firlefanz wegbandst, natürlich akzeptieren die das nicht. Sag mal, bist du blöd? So, dann kann ich denen auch nicht helfen. Ich ziehe die Frage zurück. Die Mods bannen teilweise gar nicht so schnell. Ich würde manche Leute sogar viel früher bannen. Ich banne nicht ohne Grund und ich banne oft genug. Ah, halt auch dein Maul. Die Mods teilweise bannen. Und Leute, ich habe euch schon mal gesagt, nicht auf meine Mods losgehen. Hier, Willy schreibt um 20.16 Uhr, deine Mods bannen selbst bei normalen Fragen. Gerade dieser Ronny, gerade dieser Ronny, der ist da ganz vorne mit dabei. Der bannt wirklich jeden Scheiß weg. Der hat auch übrigens auf Tippi diesen Kommentar geschrieben. Für, ähm, für, hier als, als Kerberus. Ja, du bist ja so ein toller Mensch und so empathisch und blablabla, diese Scheiße, ihr werdet es gelesen haben. Der bannt wirklich alles weg, der bannt normale Fragen weg. Die Leute erwarten was für ihr Geld und sie werden danach fragen dürfen, aber Rainer duldet es nicht, der wird einfach nur Geld haben. Da sehe ich rot. Dreckiger, räudiger, scheiß Narzisst, ey. Leute, wie ich das sehe, haben wir zwei Optionen. Wir können den Chat offen lassen, dann werden eben Timeouts und Bands verteilt, wenn Leute sich daneben benehmen. Oder wir lassen den Abonnenten-Chat an. Dann dürfen halt nur die Leute schreiben, die Abonnenten haben. Mein Bart, ja, mein Schnauz, ich muss mich wieder rassieren, ich schau aus. Ja, bitte, bitte nicht, weil, ähm, umso weniger muss man von dem Gesicht sehen. Ich hab doch noch nicht einmal in die Kamera gegangen, seit ich jetzt so leicht bin, oder? Und ist denn den Bart auch färben zum Beispiel grün oder rot? Ähm, muss man alles auf heute beziehen, schreibt der Hans. Nein, weil das Gänen eben eine Regelmäßigkeit ist, auch wenn du das nicht merkst. Das ist so, ja. Er macht das ja ständig, er hält sich noch nicht mal seine Pfosten von Fressglösch. Äh, färben wahrscheinlich nicht. Außer vielleicht mal so temporär halt. Was man wieder rauswaschen kann. Arbeitsamt, warum magst du Twitch nicht? Ja, weil er da gebannt worden ist. Weil er dort die N-Bombe getroppt hat. Ah, das ist so. Da steht Twitch nicht so drauf. Oh, warum wurde Medusa86 jetzt gebannt? Ah ja. Ähm, Medusa86, die Frage ist sehr, sehr gut. Warum erwähnst du selber den Ofenkäse? Aber wenn wer anders das erwähnt, bannst du den? Das ist echt eine gute Frage. Er hat sich ein paar Mal jetzt über ihn lustig gemacht, hat ihn als Jungfrau bezeichnet und die ist das. Ihr habt das alle gesehen. Hat über ihn irgendwelche schwachsinnigen, grenzdebilen Ogerlieder gesummt und hat dabei versagt, mal wieder. Und wenn dann die Leute drauf eingestiegen sind, hat er sie weggebannt. Weil das Thema hat ja nichts verloren. Halt doch dein Maul, Rainer. Ehrlich, halt doch dein Maul mit deiner scheiß Doppelzügigkeit. Du bist ein widerlicher, kleiner, doppelmoralischer, ne, ich kann's jetzt nicht sagen, was du alles bist. Aber wie viel Doppelmoral kann man eigentlich haben, Rainer Winkler? Ja, hier, ich stell mich nochmal an. Ne? Hier ist scheinbar ein Journalist im Chat, der was von dir will. Oh, das war der zehnte Bann in 21 Minuten. Äh, 22 Minuten, das ist ja Wahnsinn. Journalist. Werde ich ignoriert? Nö, ich kann nur nicht alles lesen, Leute, es sind so viele Leute hier. Rainer, du kannst überhaupt nicht lesen. Ach, Leute, ich verstehe euer Verhalten, echt. Mein Michon, du bist scheiße. Das ist aufs Wesentliche reduziert, ja. Es ist zwar ein bisschen kurz gehalten, aber es ist wesentlich reduziert. Hans schreibt außerdem um 20.20 Uhr, wir wissen alle, dass du auf Basis von rassistischen Aussagen in GTA gebannt wurdest und ein weiterer Account, die aufgrund dieses Banns nicht gestattet ist. Korrekt, das ist richtig. Das ist richtig. Ne? Aber halt dich auch mal da fest, du Affen, ne? Ihr wisst Bescheid. Vor allem nach über 10 Jahren. Wenn euch das alles nicht gefällt, was ich mache, da drüben ist die Tür, verzieht euch doch. Wow, das ist Fanmanagement. So geht mal mit Zeilen und Zuschauern um. Das, das ist super. Du bist wirklich der allerletzte Schmutz. Ich kann dir das, ich werde demnächst einen zweiten Teil auf Odyssey machen. Habe ich ja auch gestern im Stream schon angekündigt, dass ich das machen werde. Und dann reden wir mal über den Tierschutz-Slot und über den Fanmanagement-Slot und so. So Zeug wird da kommen. Ne? Du bist einfach wirklich räudig. Du bist einfach wirklich räudig. Der hat schon recht, du bist scheiße. Schon richtig so. Ja, aber verzieht euch doch, ne? Ich behandle euch wie Drecke und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr ja gehen. Ihr wisst ja, worauf ihr euch einlasst. Ich bin ein Arschloch und ich behandle euch, als wärt ihr noch für schlimmere Arschlöcher. Und wenn ihr dafür mir kein Geld geben wollt, dann seid ihr Hater und Mobber und dann könnt ihr euch verpissen. So ein Ding. Ihr gehört einfach links und rechts fahren Backener. Eigentlich in die Tür da drüben. Ausbuddler feierst du Weihnachten mit einer Familie. Sein Name Ausbuddler ist ja schon fantastisch. Aber guck nicht so blöd, Rainer, ehrlich jetzt mal. Mach mal kein dummes Gesicht für 50 Euro, 5 Euro hätten gereicht. Dafür müsste Rainer erstmal eine Familie haben, aber selbst die will mit diesem Stück Schmutz nichts mehr zu tun haben. Zu Recht. Ich hab vollstes Verständnis dafür. Aber völlig egal. Ich würde, wenn ich ein Studium wählen müsste, wäre es wahrscheinlich Musik oder Psychologie. Ja, ja Rainer. Ja Rainer. Klar. Ich stell mir grad mal vor, wie so viel Spaß wie Rainer versucht Abitur zu machen. 2000 Spezial. Was und wo? Das ist für GDSX Spinden. Hans schreibt, vielleicht sind die Leute hier, um den nach 10 Jahren klarzumachen, dass sein Verhalten nicht in der Weise klar geht. Aber gut, dafür müsste man sich als nicht fehlerlos ansehen. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Rainer ist nicht, nur nicht fehlerlos. Rainer ist der Inbegriff von Fehler. Rainer ist der Inbegriff von ungewollt. Unge, unge, ja, kann ich jetzt nicht sagen. Rainer ist, ist der Inbegriff des Fehlverhaltens. Aber 100%, da hat der Hans völlig recht. Und ich finde es gut, dass hier mal kurz der Follower-Chat offen ist, da kann man nämlich mal sehen, wie, sobald der nämlich mal offen ist, was Rainer so an Wahrheiten um den, um den, ähm, Welles geschleudert bekommt. Nein. Vielleicht sind die Leute auch mal 10 Jahre hier, um dir klar zu machen, dass dein Verhalten nicht die Weise klar geht. Okay, pass auf Hans, dann erzähle ich dir mal, was anderen Menschen seine... guckt nicht so arrogant. ...aufzuzwingen, ist ein schlimmeres Verhalten als alles, was ich hier getan habe. Stop. Ähm, dir eine andere Meinung aufzwingen, schafft sowieso keiner. Haben die Leute längst aufgegeben. Es geht darum, dir, arroganten Menschen, nicht Mensch, nicht Mensch, nehme ich hiermit zurück, ähm, zu sagen, was sie von dir halten. Und das dürfen sie und das tun sie und solange der Chat offen ist, wird das rege genutzt und das ist in Ordnung so. Und dafür muss man ihm ja nichts bezahlen. Damit ist das eigentlich in Ordnung so. Das sieht er mal, was die Leute wirklich von ihm halten. Aber was macht Reinhard raus? Ja, ähm, meine Meinung, äh, deine Meinung, mir aufzuzwingen, ist alles, was ich hier getan habe. Also, nehmen wir mal kurz diese Wortschöpfung her, äh, ihm eine andere Meinung aufzwingen. Selbst wenn das so wäre, dass das jemand versucht, ist das also schlimmer, als, ähm, Geschichten darüber zu schreiben, indem man den eigenen bewusstlosen Vater missbraucht. Ja, und das dann als Fetisch zu verkaufen. Komischer Fetisch, by the way. Oder ist das schlimmer, als, als junge Mädchen im You-Now-Stream sexuell zu belästigen? Ist das schlimmer, als, ähm, hebefiele Fantasien aufzuschreiben, indem Minderjährige weggeflext werden? Ist das, schlimmer, als, ähm, zu versuchen, eine Frau per WhatsApp, ähm, zum Snoo-Snoo ohne Gummi zu nötigen? Ne? Ist das schlimmer, als das? Ist das schlimmer, als, äh, den geheuchelten Tierschutzlord raushängen lassen und dann, äh, das billigste Drecksjahr Fleischsurrogat, das man finden konnte, auf den Grill zu pfeffern und dort bis zur schwarze Kohle zu verbrennen? Ist das schlimmer? Ist das schlimmer, als, als alte Leute in deinem Ort zu beleidigen und niederzubrüllheulen, die dich bitten, doch etwas Ruhe walten zu lassen? Ist das schlimmer, als, ähm, sechsstelligen Betrag an, an Staats, äh, an, an, Kosten für den Staat zu verursachen durch 20 Polizeieinsätze am Tag? Ist das schlimmer, als illegal, äh, eine Überwachungskamera auf die Straße zu richten und Kennzeichen zu leaken? Ist das schlimmer, als Telefonnummern aus deiner eigenen Telegram-Gruppe zu leaken? Ist das schlimmer, als das Cola-Bärchen zu leaken aus Rache? Ist das schlimmer, als, ähm, ein Dorffest durch Haterbesuche crashen zu wollen aus Rache? Ne? Ist das schlimmer, als nachts mit dem Bogen rauszukommen und im Dunkeln auf jemanden zu feuern? Und nur durch Glück ihn nicht getroffen zu haben? Ist das schlimmer? Sag mal, die hat man doch ins Hirn geschissen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie grenzbekloppt, wie kernbehindert kann man eigentlich sein? Das ist schlimmer, als alles, was du je getan hast. Es ist auch schlimmer, als von einem Kind die Hose runterzulassen, was er getan hat. Er hat es zugegeben, dass er das getan hat. Er hat gesagt, es war ein Versehen, weil er nicht wusste, dass da ein Kind im Auto saß. Aber Bullshit, es war dir einfach nur scheißegal. Und selbst, wenn du es nicht gewusst hast, von einem erwachsenen Mann muss ich die Selbstkontrolle und Disziplin erwarten können, dass er sowas nicht auf der Straße tut. Nur weil jemand sagt, du hast keine Eier, dann einfach die Hose runterlassen und sein kümmerliches Mini-Gemächt zu präsentieren vor einem Kind. Und wenn man das von einem erwachsenen Mann nicht erwarten kann, dann gehört er in die Klapsmühle. Ganz ehrlich jetzt. Weil das ist dann in meinen Augen schon triebhaftes Verhalten und Rainer ist triebhaft. Aber wie? Der denkt nicht, der ist triebgesteuert. Maximal sogar. Das ist also, was der Hans jetzt zu dir gesagt hat, ist also schlimmer als unter anderem, das sind jetzt bloß ein paar Beispiele gewesen, schlimmer als alles, was du je getan hast und schlimmer als alles, was ich hier gerade erwähnt habe. ist es dein Ernst? Nochmal, der Typ gehört in die Klapsmühle oder in den Knast. Der gehört weggesperrt. Sag ich euch so. Du kommst hier rein und willst mich zwingen, dein Verhalten Zeig nicht so arrogant mit dem Finger. Ich zeig euch das jetzt nochmal. Ich zeig euch das jetzt nochmal auf halber Geschwindigkeit, weil ihr, ich will das, ich will, dass ihr das genießen könnt. Diese Arroganz, die ihm schon im Gesicht steht. Achtung, wir genießen es jetzt einfach mal gemeinsam. Auf meines zu projizieren, du kommst hier ran und willst mich zwingen, dein Verhalten. Guckt euch einfach mal diesen Blick an und wie er im Wasser mit seinen Fingern macht. Ich könnte sie ihm gerade abschneiden. Auf meines zu projizieren, damit ich mein Verhalten ändere. Aber mein Verhalten passt hier nicht. Was genau mache ich denn? Bringe ich jemanden um? Da muss ich mich jetzt gleich dran erinnern, dass Rainer, der einst mal einen Orden dafür wollte, dass er noch keine, dass er noch niemanden umgebracht hat und auch noch keine Frau zum Snoo-Snoo gezwungen hat. Dafür wollte er auch mal einen Preis haben. Ja Rainer, du kriegst natürlich jetzt das Bundesverdienstkreuz erster Klazse dafür, dass du noch nie jemanden ermordet hast. Das ist noch nicht zu fassen. Rainer, echt jetzt? Es geht nicht darum, ob du jemanden umgebracht hast. Natürlich nicht. Aber es geht darum, dass dein ganzer Charakter, dein Verhalten, alles was du bist, warst, sein wirst, was du repräsentiert hast, repräsentierst und noch repräsentieren wirst. Dein Gesamtkonstrukt, das Gesamtkonstrukt, Rüdiger, Wingel, Wangel, ein zu verurteilendes Konstrukt ist, das aus dem Internet und am besten auch aus der Gesellschaft raus und in die Forensik oder den Knast rein operiert werden muss. Ja? Du gehörst transplantiert in die Forensik rein, wie ein nicht mehr funktionierendes Organ. Du bist Dreck, Rainer. Du, dein ganzer Charakter, dein ganzes Wesen, dein Verhalten, dein Gerede, dieser arrogante Drecksblick, guckt ihn euch doch mal an. Das sieht schon so arrogant aus. Das gehört weg. Das ist nicht Kunst, das kann weg. Ne? Aber das sind so Momente, da fühlt er sich und das bestätigt nur noch mehr in seinem Tun. Und allein das muss eigentlich Beweis genug sein, dass der eigentlich weggeschlossen gehört. Nein. Äh, laufe ich Amok? Nein. Aber du hast es schon ein paar Mal angedroht. Rainer, das vergessen wir mal nicht, du hast es schon ein paar Mal angedroht. Du hast auch schon ein paar Mal gesagt, hätte ich eine Knarre, hätte ich ja schon lange abgeknallt. Zitat, wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen, bis auf den letzten und danach Selbstmord begehen. Zitat Ende. Zitat weiter, würde ich in den USA leben, hätte ich euch schon erschossen, Alter. Zitat Ende. Der große Pazifisten dort spricht. Rainer, willst du echt einen Preis dafür, dass du es noch nicht gemacht hast? Du bist eigentlich bescheuert. Äh, greife ich andere Menschen an? Ja. Wenn sie mich angreifen, ja. Nein, nein, nein. Angriffe mit Pfefferspray aus dem Hinterhalt. Angriffe mit Äxten, die du geworfen hast, aus dem Hinterhalt. Angriffe mit Pfeil und Bogen nachts aus dem Hinterhalt. Angriffe mit Metallstangen nachts aus dem Hinterhalt. Angriffe mit Softair-Knarren aus dem Hinterhalt. Angriffe auf vorbeifahrende Autos aus dem Hinterhalt. Aufgelauert und zugeschlagen, Teil 1 bis 437. Ne? Also alle deine Angriffe, die es jemals gegeben hat, gab es ohne Not und ohne, ohne dass der Notwehrparagraf gegriffen hat, aus dem Hinterhalt heraus. Wie immer. Weil du einfach kämpfst wie ein kleines Mädchen. Du bist kein, du bist eigentlich nur ein Kleiner. Du bist nicht Rainer, du bist ein Kleiner. Und ich glaube, ich werde ihn in Zukunft auch so nennen. Andererseits, Furzi Pups, der Knatterdrache, passt eigentlich ganz gut. Vielleicht werde ich dich in Zukunft nur noch so nennen. Ich nenne dich in Zukunft nur noch Furzi Pups. Nicht nur noch, aber ich werde es hin und wieder mal einstreuen. Du bist absolut, du bist ein Feigling. Du bist eine feige, kleine Jantal. So sieht es aus. Ansonsten, nein. Habe ich die Häuser anderer Menschen beschädigt? Ja. Nein. Ja, dein eigenes. Weil es war nicht deins. Es wurde dir auf dem Papier überschrieben, weil du deine Mutter es aus dem Kreuz terrorisiert hast. Ne? Aber du hast auch zugelassen, dass dieses Haus einfach abgerissen werden darf, nachdem du es fachmännisch, vandalistisch zerstört hast. Habe ich andere Menschen in irgendeiner Weise verletzt? Ja. Sie mich nicht verletzt haben? Doch. Nein. Doch. Also, wo willst du mein Verhalten ändern, Hans? Du bist ein mehrfach verurteilter Gewaltverbrecher. Rüdiger. Herr Furzi Pups, der Knatterdrache. Sie, Sir, sind ein mehrfach verurteilter Gewaltverbrecher. Und das ist mir erlaubt, das zu sagen, weil es stimmt. Und du hast, wie viele Menschen du eigentlich durch Worte verletzt hast, will ich hier gar nicht anfangen aufzuzählen, sonst bin ich übermorgen noch hier. Was ist mein Verhalten? Mein Verhalten ist... Dein Verhalten ist Dreck, Schmutz und Abschaumverhalten. Ich labere. Ich bin eine Kunstfigur. Ich labere. Nein. Reiner, du bist eine Witzfigur. Du bist keine Kunstfigur, du bist eine Witzfigur. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich bin jemand, ich rede, ich rede, ich rede, ich rede. Das gehört... Ja, du schwallst, du hast Redeschwalle ohne Ende, ja. Dazu, es gibt Leute im Internet, die labern viel mehr Scheiße als ich. Nein, das bezweifle ich stark. Das bezweifle ich stark, dass es im Internet sehr, sehr viele Leute gibt, die alle viel mehr Scheiße labern als du. Nein. Reiner, du bist gut da drin, viel zu schwätzen, viel zu labern, aber du bist auch noch besser da drin, in all dieser Zeit, wo du viel gelabert hast, nichts zu sagen. Du redest viel, aber du sagst eigentlich gar nichts. Also hör auf, mir zu erzählen, dass mein Verhalten der Grund dafür ist, dass du dich wie ein Stück Scheiße verhältst. Nein, das hat er gar nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, dass dein Verhalten der Grund ist, dass er sich so verhält, wie er sich verhält. Er hat gesagt, dass dein Verhalten der Grund ist, warum du keine Vertifizierung bekommst und dass dein Verhalten einfach gar nicht klar geht. Das hat er dir gesagt. Und die Tatsache, dass er dir das gesagt hat, macht den jetzt gerade automatisch zu einem Stück Scheiße. Da seht ihr mal, was bei dem im Kopf nicht richtig verdrahtet ist. Das passiert dann übrigens, wenn man seinen Kindern mit der Nuckelflasche voller Stechapfeltee auszieht. Oder wenn die Eltern deutlich zu nah verwandt waren. Eben warst du besser gelaunt. Das ist der Grund, warum ich nie den Chat offen hab. Rainer, warum lügst du? Du hast gesagt, bei 100 Abos gibt es 24 Stunden Stream. Hast du im PlanetCraft das Stream gesagt, ich war dabei? Das stimmt, was hat er gesagt. Das stimmt, was hat er gesagt. Er behauptet bis heute, dass er es nicht gesagt hat, aber Drachenlyrik hat es vor kurzem erst widerlegt. Weil man sich da nicht vernünftig unterhalten kann. Lest euch mal den Chat durch. So, leider kein Bild. Jetzt ist der Bezahlchef wieder da und jetzt wird sich hier gar nichts mehr bewegen. Von Minecraft Drache. Ich habe kein Bild. Ich hab wieder vergessen umzuändern. Ich bin echt ein Horst, sorry. Super, jetzt hab ich zwei Eisen. Okay, nein, 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 damit höre ich jetzt hier auf an der Stelle, oder? Ne, wir gucken es uns zu Ende an. Ich habe eine gute Idee, ich weiß, was wir machen. Gib mir mal eine Sekunde Zeit. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. ...gefunden und hab es gleich in die Tonne drehen können, weil ich es abgebaut habe mit einer Spitzsacke. Und ich dachte, ich bin clever. Aber ich hab jetzt eine kleine Farm gebaut. Ich kann sie jederzeit hier nehmen, solange sie immer nachgezüchtet werden. So, man hat eine Fliegezucht hier betreut. Vielleicht brauchen wir nicht mal dringend Leder. So, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Alter, der Stahlflieger ist echt übel, der verläuft sich irgendwie alle zwei Tage. Quatsch, was ich mal anfangen. So, das ist immer so, wenn jemand was von den Leuten auch beleidigt, das ist immer wieder auch die Arbeit. Das heißt, gar keine. Wenn ich mal überlege, ob man das Spiel ist, das machen, was jetzt um 22 Uhr an 5 Minuten, weil ich sage, dass ich gerade in die Lucht raus ist, es ist ja auch gekommen, man kann das schreiben. dann danke euch, fürs Zuschauen, was ich bin dabei. Bis dahin. Schön, schönen Abend. Macht's gut. Ich mag dieses Lied, ich mag dieses Lied. Jo, da sind wir fertig, haben wir es geschafft, haben 50 Minuten nur gedauert. Ich habe gedacht, es dauert länger. Na gut, ich hoffe, ihr hattet Bock dabei zu sein und denkt dran, sobald ich das Buch von Amazon bekommen habe, werde ich einen Community-Post schreiben, dass es da ist und dann überlegen wir uns, wann und wie wir das Etzatla letzten Endes umsetzen. Ich habe Bock auf den Scheiß. Das sage ich euch, wie es ist. Ich habe da richtig Bock drauf. So, in diesem Sinne, macht's gut und auch einen schönen Sonntag. Haut da rein. Medal off.